Okay Leute, kommen wir von einem lustigen Video zu einem Ernstvideo und zwar gibt es ein neues Video von Abdel. Ich sage euch ganz ehrlich, als ich die Überschrift gelesen habe und ich habe eben reingeguckt einmal, weil ich gedacht habe, Digga, das ist, hey, what? Und ich habe eure Nachrichten gelesen, habe ich gedacht, als ob ein YouTuber 2020 plötzlich etwas tut, was erwachsen ist, etwas tut, um einen Beef zu beenden, etwas tut, wofür man wirklich Respekt bekommen kann. Gibt es sowas überhaupt in YouTube-Deutschland? Gibt es Leute, die sich ihre Fehler eingestehen? Ich war erst verwirrt, ich sage es euch ganz ehrlich, ich war erst verwirrt, aber ich habe kurz reingeschaut und tatsächlich, es ist kein Fake-Video, es ist echt und wir schauen mal gemeinsam rein. Hey, willkommen heute auf meinem Kanal mit einem neuen Video von mir und Freunde, heute möchte ich mich gerne vier Punkten widmen und zwar einmal möchte ich gerne die Sache zwischen Apoet und Carina ansprechen, zum Zweiten möchte ich gerne ein paar Worte zu Amira Wirt verlieren, zum Dritten würde ich mich gerne über Kilian und die Madeira-Sache äußern und auch darüber ein paar Worte verlieren und zu guter Letzt möchte ich gerne noch ein paar Worte an Ungarichten. Dann komme ich direkt zum ersten Punkt. Freunde, wie bereits mitbekommen, habe ich ein Video zu der Sache zwischen Apoet und Carina gedreht und ich wollte eigentlich nur... Ich habe schon ein bisschen reingeschaut, ich war bis zu der Tanzverbotssache, als das Tanzverbotsthema angefangen hat, aber wir schauen jetzt mal das komplette Video gemeinsam. Licht ins Dunkle bringen, was mir aber, wie man sieht, nicht gelungen ist und genau deshalb bin ich auch froh, dass jetzt endlich die Justiz da mit einbezogen wird und sich derer annimmt und jetzt tatsächlich echtes Recht gesprochen wird und werden kann. Sorry nochmal auf jeden Fall für mein S-Problem, ich habe ein S-Problem, also falls ich einen Satz mache, kann ich nichts dafür. Aus den genannten Gründen werde ich mich jetzt auch aus dieser Thematik raushalten und mich davon auch zurückziehen und keinerlei Partei ergreifen für irgendeine Person von den zwei, beziehungsweise mich weiter zu dieser Thematik äußern. Und jetzt komme ich zum zweiten Thema. Das zweite Thema, also das zweite Thema ist halt amiraviert. Da ist ja in der Vergangenheit viel passiert, ich habe es ja auch in meinem Video angesprochen, weil er hat ja das letzte Video darüber gemacht, ich habe ja auch in meinem letzten Video das Thema angesprochen und ich sage euch ganz ehrlich, ihr kennt meine Meinung. Ich habe keinen Hass auf Abdel oder so, ich war einfach enttäuscht von ihm. Ich habe in meinem letzten Video gesagt, ich wünsche dir für dein Leben alles Gute und das denke ich über jeden Menschen, egal was er macht mit mir, was er mit macht mit anderen, ich wünsche den Leuten das Gute, weil wenn es jemand anders gut geht, schadet es euch nicht. Wünscht Leuten nichts Schlechtes, das ist generell meine Ansicht auf der Sache, okay? Aber ich war natürlich enttäuscht von Abdel und Fehler machen ist leicht, jeder von euch hat schon mal Fehler gemacht und Fehler machen ist leicht, aber dass Abdel heute die Eier hat und den Arsch in der Hose zu seinen Fehlern zu stehen und auch zu sagen, hey, ich halte mich aus dem eigenen Thema raus und jetzt halt auch eine Entschuldigung droppt, das finde ich respektabel und das hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Also wir gucken jetzt gemeinsam komplett rein, aber ich weiß schon, dass er sich bei Amira entschuldigt. Wie gesagt, ich habe schon reingeschaut, weil ich erst dachte, hä. Ich bin extrem positiv überrascht und ich sage euch eine Sache, ihr alle im Chat, auch die Leute, die jetzt gerade nicht im Chat schreiben können, also auch die Non-Subs, ihr alle seid mit dafür verantwortlich, denn die Leute, die sachliche Kritik geschrieben haben, nicht einfach irgendeinen grundlosen Hate, irgendwie geschrieben haben, gehe ich vergraben oder irgendeine Beleidigung, okay? Sondern die Leute, die wirklich sachliche Kritik geschrieben haben, ihr habt alle dazu mitgeholfen, dass vielleicht es mal Klick macht im Kopf und dass mal Einsicht passiert. Und wir schauen jetzt rein, aber ich sage euch ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet und ich bin verdammt positiv überrascht. Ich möchte mich jetzt mit diesem Video aufwichtig bei dir entschuldigen, dass ich das Thema nochmal aufgegriffen habe, obwohl wir das privat geklärt haben. Und es war auch überhaupt nicht in Ordnung von mir und auch nicht fair gegenüber dir, diese Geschichte nochmal in die Öffentlichkeit zu tragen und gegen deinen Willen öffentlich zu machen. Darüber hinaus möchte ich mich bei dir, Amira, persönlich nochmal entschuldigen, aufwichtig entschuldigen, dass ich das Telefonat ohne dein Einverständnis aufgenommen habe und ohne dein Einverständnis einfach online gestellt habe. Mir tut das leid. Amira, es war nicht gerecht zu mir und ziemlich egoistisch. Und ich hoffe einfach wirklich, dass du mir verzeihen kannst. Nicht jetzt, aber ich hoffe irgendwann mal. Was passiert hier gerade? Sachliche Entschuldigungen und Fehler eingestehen in YouTube Deutschland? Bin ich auf der richtigen Plattform? Ich komme jetzt zum dritten Thema und das ist Kilian und die Madeira Sache. Ich möchte die einfach nochmal erklären in Ruhe. Und kann nochmal sagen, ich habe die letzten Tage auch genutzt, mich selber zu reflektieren, alles mal Revue passieren zu lassen. Und ich kam zum Schluss, ich habe einen großen Beitrag dazu geleistet und sehr viele Fehler gemacht, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Eigene Fehler eingestehen? Hä? Was soll heute noch passieren? Hä? Okay, wir wissen, eine Sache wissen wir. 2020 ist wirklich das Jahr, in dem die Welt untergehen wird. Wir haben in diesem Jahr schon viel erlebt. Corona, Waldbrände, fast Kriegserklärung zwischen USA und USA. Und anderen Ländern. Und jetzt ist das passiert, womit niemand gerechnet hätte dieses Jahr. Ein YouTuber, der Fehler gemacht hat, steht öffentlich zu seinen Fehlern, entschuldigt sich öffentlich und sieht seine Fehler ein? Iran, genau. Ich dachte erst Russland. Ich wollte aber nicht dann Russland sagen, weil ich war mir nicht sicher. Iran, USA, hätte fast Iran-Krieg angefangen, weil dieser eine Kriegsminister da erschossen wurde. Digga, what? Okay. Freunde, als der Streit sich damals zugespitzt hat, da war ich definitiv nicht ich. Ich bin das gar nicht gewöhnt. Ich bin das gar nicht mehr gewöhnt, dass Leute sachlich, reflektiert, eine wirklich ernste Entschuldigung machen. Weil Kilian, das Thema ist schon lange abgegangen, es kam auch gar nicht wieder neu hoch. Dass er sich bei Tanzfot entschuldigt, das respektiere ich. Er sagt ja, ich komme auch noch in dem Video vor, ne? Aber alleine, dass er sich bei Tanzfot entschuldigt, das rechne ich ihm sehr hoch an. Es war viel los. Es war für ihn eine schwere Zeit, es war für Tanzfot eine schwere Zeit, es war für mich eine schwere Zeit, für alle eine schwere Zeit. Aber dass er sich bei Tanzfot entschuldigt, das rechne ich ihm sehr hoch an. Weil das ganze Tanzfotthema war jetzt überhaupt nicht mehr präsent. Respekt. Ich war in einer schwierigen Phase in meinem Leben, was das nicht entschuldigen soll, sondern das vielleicht ein bisschen erklären kann. Ich habe viele Situationen anders handgehabt, als man die handhaben sollte. Und ich war einfach nicht ich, ich war nicht bei Sinn. Ich habe die letzten Tage das Revue passieren lassen und habe gesagt, warum geht es mir denn immer so schlecht und warum fühle ich mich denn immer noch schlecht? Und habe einfach gemerkt, dass alles in der Vergangenheit liegt. Also alles diese letzten Zeiten, da wo wir Madeleine waren. Das hat mich einfach belastet und genau das ist das. Wenn ich mir jetzt die Videos angucke von da, von der Zeit und oder wie ich reagiert habe, dann schäme ich mich. Ich schäme mich dafür, dass ich so reagiert habe, wie ich reagiere. Ich erkenne mich da nicht wieder. Ich schäme mich. Also ich muss sagen, das ist nicht so eine Leon Machère Wischiwaschi Entschuldigung. Er steht sich wirklich Fehler ein, sagt, ich schäme mich für das, was ich getan habe. Und sowas zu sagen vor laufender Kamera, vor Leuten, die das sehen werden, das ist nicht einfach. Ihr wisst es selber, jeder hat mal Fehler gemacht. Und sowas sich einzugestehen und wirklich zu sagen, ich schäme mich für das, was ich getan habe, das erfordert sehr viel mehr Stärke, als man manchmal glaubt. Wirklich Respekt. Ich bin gerade ein bisschen gerührt, muss ich sagen. Ich bin gerade wirklich ein bisschen gerührt. Und ich freue mich sehr über die Einsicht und über das, was Abdel sagt, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich war sehr enttäuscht von Abdel, weil ich habe meinen Arsch hingehalten für Abdel, ja. Ich habe meinen Rücken hingehalten, ich habe ihn supportet sozusagen. Und damals wurde ich so, ja, sehr enttäuscht. Und ich war, ich wollte mit Abdel nichts mehr so zu tun haben und so, weil ich auf sowas gewartet habe. Auf eine öffentliche Klarstellung, denn das Ganze ist öffentlich passiert und Abdel habe ich bis jetzt nicht dazu geäußert. Und das finde ich sehr respektabel. Und es bedeutet mir auch sehr viel, dass er eben auch sich bei Tanzwut entschuldigt, dass er auch sagt, er hat sich für sein Verhalten geschämt. Weil ich weiß auch, wie Tanzwut, wie enttäuscht Tanzwut war und so. Und auch, dass er sich bei Amira entschuldigt und sowas. Ich bin nur gerade sehr überrascht, weil sowas kenne ich eigentlich von deutschen YouTubern nicht. Normalerweise wird immer um den heißen Brei herumgeredet und gesagt, ja, nee, ich war das ja auch gar nicht. Und dies und das und so, wisst ihr, was ich meine? Ich denke mir beim Schauen, WTF, wer ist das? Und das bin ich nicht und das war ich auch nie. Aber ich kann es mir nur erklären, dass ich mich einfach nicht mehr bei Sinn war. Also ich war nicht mehr bei Sinn. Aber ich bin froh, diese Phase meines Lebens endlich überwunden zu haben und einfach wieder ich bin. Also, wie Sie es erklären, ich bin einfach endlich ich und habe diese Phase hinter mir gelassen. Doch ein wichtiger Baustein in dem Ganzen fehlt. Und zwar, Kilian, ich möchte mich einfach aufrichtig bei dir entschuldigen. Tut mir leid, was ich dir angetan habe. Und tut mir leid, in welche Lage ich dich gebracht habe. Und definitiv muss ich mich auch für mein Verhalten gegenüber dir entschuldigen. Und das tut mir einfach leid. Und ich hoffe, du kannst mir irgendwann mal verzeihen. Und im gleichen Atemzug möchte ich auch Unge... Okay, bevor er jetzt zu mir kommt. Überlegt euch mal, das Tanzfotothema ist ungefähr ein halbes Jahr her fast. Überlegt euch mal, wie lange es in ihm saß und wie lange es vielleicht auch an ihn gefressen hat und so. Und dass er jetzt, auch nach meiner Kritik natürlich, vielleicht war auch erstmal diese Kritik notwendig. Aber, dass er jetzt das wirklich so sagt. Da können sich einige YouTuber ein Beispiel dran nehmen. Oder generell Personen der Öffentlichkeit. Auch wenn Abdel in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat, sagte er selber. Aber so ein Statement ist das, was ich mir von sehr, sehr vielen Leuten in der Vergangenheit gewünscht hätte, die ebenfalls Fehler gemacht hatten. Und Abdel hat heute einfach Mut bewiesen, dass er es einfach sagt. Das finde ich sehr stark. Alles braucht Zeit im Leben und das ist so. Bei manchen Leuten geht es schneller, bei manchen Leuten dauert es länger. Und wenn Abdel jetzt eine Zeit dafür brauchte, auch erstmal das Thema vielleicht selber auch zu verarbeiten und so, ist es okay. Ich bin der letzte Mensch, der jetzt weiter drauf legt und grundlos sagt, nee, Abdel hat aber damals mal einen Fehler gemacht. Ja, Abdel hat viele Fehler gemacht. Das habe ich auch in meinem letzten Video öffentlich kritisiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt so zeitnah zu seinen Fehlern steht. So, jetzt bin ich mal gespannt, was du auch zu mir sagst. Vielleicht sagt er noch was. Vielleicht sagt er noch was Böses zu mir. Mal gucken, wir gucken rein. Und im gleichen Atemzug möchte ich auch Unge Entschuldigung sagen. Entschuldigung dafür, dass du in diese Lage gebracht worden bist und ich dein Vertrauen missbraucht habe. Ich sehe und ich weiß jetzt auch, es war nicht richtig. Im Gegenteil, das war absolut falsch und das habe ich jetzt auch eingesehen. Und dafür möchte ich mich einfach aufrichtig bei dir entschuldigen. Und ich hoffe, du kannst mir verzeihen und kannst irgendwann mal vielleicht mit mir einen Kaffee trinken gehen. Und nochmal ein paar Worte. Vielleicht mit mir einen Kaffee trinken gehen. Abdel, wie gesagt, die Entschuldigung an mich. Es ist schön, aber was mir noch viel mehr bedeutet, ist, dass du dich bei Amira und bei Kilian entschuldigst in diesem Video. Das bedeutet mir sehr viel. Das bedeutet mir sehr viel. Ich will mich auch hier direkt stellvertretend für viele YouTuber. Ich hoffe, die stimmen mir zu. Bedanken, dass du deine Plattform bietest, um Sachen zu klären. Dass du versuchst, immer gerecht zu sein zu den Menschen, fair zu sein. Mir auch die Chance gegeben hattest. Und ich möchte dich einmal bedanken, was für ein großes Herz du hattest, als ich da war. Du hast mich mit offenen Armen aufgenommen. Es war super und du warst sehr, sehr mega gastfreundlich. Ich schäbe mich bis heute, dass ich diese Gastfreundschaft nicht richtig geschätzt habe. Und ich hoffe einfach, dass wir uns in Zukunft wieder annähern können. Ein letztes Wort noch, Unge, bevor das Video vorbei ist. Deine Kritik hat mich zum Nachdenken gebracht und ich möchte mich nochmal aufrichtig entschuldigen bei den Menschen, denen ich Unrecht getan habe oder die durch mich in eine missliche Lage gefallen sind. Es tut mir leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Und ich hoffe, auch Unge sieht das Video und kann mir eine zweite Chance geben und meine Entschuldigung auch annehmen. Ich danke euch, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal. Große Liebe. Tschüss. Alter, was soll ich dazu sagen? Sehr erwachsen. Ich fand, wenn man jetzt diese Entschuldigung zum Beispiel mit der Entschuldigung von Leon vergleicht, wo er selbst im gleichen Video schon direkt wieder irgendwelche Lügen rausgehasselt hat, fand ich das hier um Welten besser und es wirkte für mich deutlich ehrlicher. Auch, dass er sagt, er hat sich die Kritik zu Herzen genommen. Das ist natürlich das Schönste, was ich mir vorstellen könnte zu hören. Denn wenn ich weiß, dass wir gemeinsam, also ihr auch im Chat und ich im Stream, durch die Kritik an Abdel ihn mal, ich sag mal, wachgerüttelt haben, finde ich, das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und dass wir jetzt hier nach all der ganzen Woche Beef, Geschichten und Drama nochmal so ein schönes Video bekommen, damit hätte ich nicht gerechnet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.